Morgen und herzlich willkommen zu einem Streifzug-Spezial. Heute mit Daniel und mir und es geht um den Film Cortex. Und in dem Film Cortex geht es um einen Mann namens Hagen, der arbeitet in einer Sicherheitsfirma, hat nicht die allerglücklichste Ehe, aber leidet vor allem unter einer gewissen Schlaflosigkeit, weil er hat besonders vitale Träume. Und diese vitalen Träume ermöglichen ihm, in das Leben eines anderen Mannes einzusteigen. Hyposomnie ist eine Schlafstörung. Durch besonders vitale Träume in der Nacht hat man tagsüber Müdigkeitsschirbel. Ist alles in Ordnung mit ihm? Was ist mit Papa? Es wird nicht besser. Das geht schon. Zehn Monate lebst du an deiner Welt und lässt nichts an dich ran. Ich schaff das nicht mehr. In diesen Träumen, das ist immer wieder dieser junge Mann. Ich träume, dass du den kennst. Hi. Und was das Ganze bedeutet, ja, das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen ergründen. Wir treffen nämlich den Hauptdarsteller, den Regisseur, Drehbuchautor und den Produzenten, Moritz Blabtreu. Einen der größten Schauspieler, kann ich jetzt mal sagen, aus deutschen Landen, der internationale und natürlich nationalen Erfolge feiert. Und wir wollen so ein bisschen auch die Frage stellen, sind Schauspielerinnen und Schauspieler vielleicht auch am Ende die besseren Regisseurinnen und Regisseure? Moritz, wir freuen uns sehr, dass du da bist und vor allen Dingen dir die Zeit nimmst, über dein Regie-Debüt zu sprechen, Cortex. Gleich direkt erste Frage, eine These. Sind Schauspieler oder Schauspielerinnen vielleicht durch die Erfahrung, die sie vor der Kamera auch gemacht haben, noch besser als Regisseure und Regisseurinnen? Weiß ich nicht. Ne, das glaube ich nicht notwendigerweise. Andersrum, ich würde mir ganz oft wünschen, dass Regisseure Schauspielerfahrung haben. Das ist sicherlich ein Vorteil, weil wenn du weißt, wie sich das anfühlt und wenn du weißt, wo dann manchmal so eine Einbahnstraße ist als Schauspieler und wo du nicht weiterkommst, das ist gut, wenn man das kennt als Regisseur. Also ich frage mich immer, warum auf den Filmhochschulen nicht auch Schauspielerei unterrichtet wird. Wobei mittlerweile wird das, glaube ich, sogar getan. Ich glaube, die müssen sogar drei Monate irgendwie so Lehrgänge machen oder so. Aber ne, ich glaube, Regie führen nicht nur wenigerweise. Das eine hat nicht unbedingt, glaube ich, zwingend was mit dem anderen zu tun. Aber gab es auch gewisse Defizite, die du als Schauspielerregisseur feststellen musstest, wo du sagst, das ist doch fuck, ey, da habe ich einfach keine Ahnung, da brauche ich jetzt jemanden vom Fach? Nicht Defizite in dem Sinne, aber Unsicherheiten, ne? Also wo du, ich hatte das ganz oft, dass ich so gedacht habe, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, so. Jetzt habe ich schon Regie geführt oder das war es jetzt oder wie? Dann sitzt du dann vor so einem Nikolaus Ovtarek und denkst dir, naja, was sagst du dem jetzt? Okay, machen wir nochmal. Geil. Das macht er und du so, ja, geil. Gut, dann. Aber hast du dir, das ist ja ganz spannend, aber hast du dir die Geschichte, so Kommandos, also du hast ja bestimmt mit deiner, ich meine, du hast ja mit allen Großen gedreht. Hast du da dir immer schon was rausgepickt und gesagt, wow, das nehme ich mal vom Spielberg, das nehme ich mal von hier, das nehme ich mal da. Also hast du gesammelt in den vergangenen Dekaden? Unbewusst wahrscheinlich, ne, würde ich sagen, so sicher. Aber ich habe, das ist das Beste, was ich überhaupt jemals, apropos Spielberg, das Beste, was ich jemals über Filme gehört habe, hat tatsächlich Steven Spielberg zu mir gesagt, als ich ihn mal gefragt habe, ob er mir in einem Satz erklären könnte, was er anders macht als die anderen Kinder. So, warum bist du so, like, why are you, how do you do this? Und dann meinte er so zu mir, wow, Moritz, mit seiner Zigarre, ganz entspannt, you know what I do, I hire the best people in the world and I tell them how great they are. Und das werde ich nie vergessen, das war so, und eigentlich streng genommen ist es das. Das ist in meinem Fall sicherlich nochmal was anderes, klar, ich habe das auch geschrieben, aber als Regisseur habe ich mich im besten Fall echt als eine Art Motivator empfunden, der, ich glaube, das Wichtigste, was ein Regisseur auszeichnet, ist, du darfst nicht zweifeln und wenn, musst du das mit dir selber abmachen. Das war für mich das größte Problem, weil ich bin ein großer Zweifel, ich zweifle ständig. Das darfst du dein Team nicht spüren lassen. Du musst halt immer den Leuten das Gefühl geben, dass du weißt, was du da machst. Das ist manchmal nicht so einfach, aber wenn du dann eben, wie in meinem Fall, so geile Schauspieler hast, so einen geilen Kameramann hast, so einen geilen Tonmann hast, so einen geilen Cutter hast, dann, das ist ja das Tolle, dafür sind die ja da, die machen es ja dann. Und dann sagst du, geil, nächste, wir bauen um. Und alle so, bauen wir um? Ja, wir bauen um. Das ist, nee, ich habe wirklich, also, du kennst doch den Witz, wie das Regiefach überhaupt entstanden ist. Mit den beiden Schauspielern, die auf der Bühne stehen und der eine sagt, geh mal zu dem anderen, sag, geh mal runter, guck mal, wie ich aussehe. So ein bisschen. Also, wenn du geile Leute hast, es ist wirklich so, vieles, also in dem Fall. Natürlich, wenn du jetzt ein, keine Ahnung, ungeschriebenes Kammerspiel mit vier Schauspielern hast, vier Drehtage und kein Skript, dann ist Regieführen natürlich nochmal was ganz anderes, ne? Aber wenn man das so wie bei uns, doch ein relativ ordentlich getakteter Genre, Film, so ein bisschen zumindest, dann ging es eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Es waren dann eher die Umwägbarkeiten, die mich genervt haben. So, in Berlin haben sie uns eine Drehgenehmigung entzogen, da mussten wir da das ganze Haus einschalen, CGI, weil wir da nachts nicht mehr drehen durften und so. So ein Scheiß. Das nervt dann eher, oder so. Aber jetzt die Arbeit am Set mit Schauspielern und so, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ich auch nur Schauspieler besetzt habe, wo ich mich einfach freue, die zu sehen als Menschen und einfach genau weiß, wie gut sie sind. Das ist, und wenn ich dann in den kleinen Rollen eine Isabelie habe oder, keine Ahnung, eine Katrin, Brigitte Janna, Gustav Peter Wöhler, das sind alles Leute, die kenne ich alle aus meiner Kindheit und die kommen da und hauen solche Dinge raus und dann sagst du halt, ja, kaufe ich. Also es ist, wie Spielberg dir damals gesagt hat, das Team richtig zu besetzen, um sich möglichst klar auf die einzelnen Jobs zu konzentrieren, weil das hat ja auch Daniel gerade gesagt, ich meine, du bist Drehbuchautor, Regisseur und auch noch Hauptdarsteller. Also es ist ja nicht nur so, dass du dich auf die Regie konzentrieren konntest, sondern du hattest ja auch noch ein paar andere Sachen zu machen. Ja, das ist das Böde, weil man dann so denkt, so, ah, der will alles an sich reißen, der will alles alleine machen. Und ich würde sagen, das könnte nicht falscher sein, also das ist im absoluten Gegenteil. Das ist zwar so, aber ich gleichzeitig habe ich dann eigentlich alles abgegeben, was ich abgeben konnte. Und gerade das finde ich auch toll, dass man dann eben sagt, gut, ich biete sozusagen den Boden für dieses Spiel. Und dann sind aber alle herzlich eingeladen, mir alles, was sie mir geben können, zu geben. Und ich werde das immer offenherzig annehmen. Ich glaube, es gibt nur zwei Arten, Regie zu führen. Entweder du sagst wirklich so Kustoditsa-mäßig, Helmut Dietl-mäßig, wir machen das so, wie ich das will, ja, Stephen. Und jetzt schaust du mal da, nach dem Dann in deinem Satz, ja, was ist denn da? Und dann sagst du, nach dem Dann ist ein Bindestrich. Sagt er, ja, genau. Und den spielt es jetzt einmal mit. Weißt du, also es gibt Regisseure, die wirklich Interpunktion, da machst du das, was der will. Und sonst nichts. Und das ist auch eine Herangehensweise. Ich bin eher einer, der sagt, hier ist der Boden, gib mir. Aber du hast jetzt eben gesagt, du darfst dir nicht anmerken lassen, wenn du Zweifel hast oder wenn du halt keine Ahnung hast, was du da machst. Und du hast jetzt einen Film gemacht, bei dem sollte man eigentlich möglichst wenig wissen. Haben die alle gewusst, was du von denen willst? Ist es nicht vielleicht besser, dass du jetzt halt auch so die Kontrolle hattest über das Drehbuch, über die Produktion, über die Regie, über das Schauspiel, weil du eben das Gesamtkonzept schon in deinem Kopf hattest? Also ist es nicht dann doch eher besser, wenn du so ein bisschen genau diese ganzen Fäden bei dir in der, weil das ist eine komplexe Geschichte. Total. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Darsteller sofort verstanden hat, was er da eigentlich repräsentiert oder was er da machen soll. Das ist absolut richtig. Es war, ja, fast eigentlich mit allen. Also es gab ein paar da, es war die Figur auch klarer strukturiert und definiert. Aber Nadja zum Beispiel, Janis auch, die waren schon beide so, dass sie gesagt haben, so, da fehlt mir so ein, und ich sage, ich weiß. Ich weiß, fehlt, ne? Ja, aber es war dann auch irgendwie so, dass ich wollte das halt auch nicht erklären. Also das ist ja auch, das tut der Film ja auch im Allgemeinen. Der Film nimmt sich ja auch quasi den Mut raus zu sagen, ich muss ihnen alles erklären. Ich habe ein intelligentes Publikum, wenn das mitmachen will und aufpassen will, dann wird es dranbleiben. Wenn nicht, dann steigt es aus. Das ist aber auch okay, das verstehe ich auch. Wenn Sachen für bestimmte Leute zu sperrig sind, raus. Das gibt es bei mir auch. Ich habe ganz viele Sachen, so Filme, wo ich dann aussteige, wo ich sage, das ist mir zu mental oder so, weißt du, wo ich dann auch raus bin. Also, keine Ahnung, The Square. Oh ja, oh ja. Trotzdem habe ich gedacht, aber irgendwie ist ein geiler Film gewesen, ne? Was war daran eigentlich geil? Keine Ahnung. War es ein geiler Film? Ich glaube schon, oder nicht? Weißt du, was ich meine? Also, wo sich das so bricht? Ja, aber allein die Szene mit dem Affen-Darsteller in dieser... Das war der ganze Film, das war der ganze Film. Der ganze Film war dieser Auftritt von diesem phänomenalen Schauspieler, wer auch immer dieser Typ war. Unglaublich. Das ist der, der bei Planet der Affen die Movements, sage ich mal, festgibt. Ah, siehste, das wusste ich gar nicht. Ist ja abgefahren. Der hat diese Stützen entwickelt, mit denen er auch da rumläuft und hat dann halt dafür gesorgt, wie die Affen-Darsteller sich halt bewegen müssen. Wow. Aber das ist eben das Ding. Das ist auch bei meinem Film halt so und das war sicherlich auch für die Schauspieler so. Ich habe halt gesagt, guck mal, ich vertraue darauf, dass das Material stark genug ist und dass das eine Eigendynamik auch irgendwie entwickelt. Und viele von den Filmen, die ich am allergeilsten finde, könnte ich dir teilweise auch nicht wirklich erklären. Also, weiß ich nicht, Syriana habe ich, glaube ich, fünfmal gesehen, bis ich irgendwann wusste, so jetzt weiß ich langsam. Ich wusste aber schon nach dem ersten Gucken, ich mag den Film. Ich mag den. Und ich weiß, Leute sind rausgegangen und gesagt, ich denke, was war da los, ich habe nichts verstanden. Und ich sage, ja, aber ich auch nicht. Aber ich finde es trotzdem geil. Aber Angel Heart. Ja. Ich habe so viele Beispiele, wo du sagst, und das sind auch Fehlerhandwerkliche. Das kann man sicherlich in meinem Film auch finden, aber das ist für mich immer gar nicht so ausschlaggebend, sondern vielmehr, wie soll man sagen, so ein Gefühl. Ein nicht greifbares, greifbares Gefühl. Genau. Und das habe ich quasi versucht, meinen Schauspielern zu vermitteln, um jetzt den Kreis zu schließen und gesagt, vielleicht findet ihr ja da was für euch. Also dieses Ganze, weißt du so, und dann, ja, und die war früher so, und das ist natürlich so, die ist natürlich eben in Waldorfschule gemacht, ne, weißt du. Und ich schreibe dir mal eine Biografie, sechs Seiten Biografie. Ich weiß gar nicht, ob das das ist, also sicher, für einige Schauspieler ist das eine unheimliche Hilfe. Für dich auch? Nee. Ich bin da auch eher so, dass ich, ich brauche so einen, ich brauche Film, ich brauche einen Geruch, ich brauche einen Geschmack, ich brauche einen Gang, ich brauche eine Physis, ich brauche einen Blick, ich brauche, weißt du, solche Sachen. Also, ja, dass der jetzt so, und in seiner Frühjahr so, woher komme ich, wohin gehe ich, das ist, das ist sicherlich für viele Schauspieler anders, aber für mich, ich bin da sehr elementar. Und ich habe das Gefühl gehabt, oder habe das Gefühl, dass viele Schauspieler damit auch viel mehr anfangen können, als mit diesem, in Anführungsstrichen, zerreden. Und das hat überraschend gut geklappt. Also, die haben das überraschend schnell aufgenommen und was von sich draus gemacht. Und wenn du dann so ein Tier hast, wie so ein Niki von Ofchereck, da bist du ja eh, was ich vorhin meinte. Da sagst du nur so, okay, das habe ich geschrieben. Ja, aber das würde ich gerne mal wissen von dir, Moritz. Wann hast du damit angefangen, diese Geschichte zu schreiben? Und vor allen Dingen, wenn du dir diese drei Rollen, die du ja auch bekleidest, anguckst, war das Drehbuchautor, geile Geschichte, das ist mein Debüt, Regiewerk sozusagen. Und dann spiele ich auch noch selber mit drin? Oder wie hingen die miteinander zusammen? Oder hast du gesucht, als Regisseur parallel und gesagt, was gibt es, ich habe eigentlich eine geile Geschichte selber geschrieben, die mache ich. Also, wie ist das entstanden? Ich habe das halt geschrieben, ich habe viele Sachen angefangen und weggetan. Der Stoff war irgendwie dann derjenige welche, wo ich gesagt habe, das ziehe ich jetzt durch. Ich weiß auch gar nicht so sehr, warum mich dann der jetzt so gepackt hat. Und dann habe ich das gemacht und ich wollte es definitiv nicht spielen. Das war ja, das ist dann quasi meiner Nicht-Erfahrung als Regisseur geschuldet gewesen, dass dann, ich habe ja gedacht, ich finde einen, ne? Habe gecastet, gemacht, getan. Und dann rückte dieser blöde Zeitraum, dieser Tag halt immer näher. Und das ist eben, als Schauspieler ist das einfacher, da kannst du dann die drei Sätze abends nochmal vorher lernen. Als Regisseur ist dann doof, kannst du nicht dastehen und dann hieß es, du musst jetzt einen Schauspieler nehmen. Und da hatte ich das große Glück, dass mein Partner in der Firma, in der Paloma Emek, der hat mich halt immer aufgezogen, weil der von Anfang an wollte, dass ich das spiele. Der ist halt Produzent. Weißt du, mehr als ich. Und der sagte dann so, guck mal, Arnd zu diesem Markus, bleibt treu. Ich so, ja, kenne ich. Hä, ist ganz gut. Ich sage, ja, ein bisschen überbewertet vielleicht. Weil der sagt, nee, 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 der ist schon ganz gut und Arnd macht das für Umme, der macht das für ganz billig. Ich habe mit dem geredet, sagt er, der mag den Autoren, der mag den Regisseur, der findet den super, der macht das wirklich für ganz wenig Geld. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann irgendwann gesagt, ach komm, nehmen wir ihn. Status quo, heute sage ich, der Regisseur sagt, er hat es ganz gut gemacht. Produzent ist glücklich jetzt, weil jetzt habe ich einen Schauspieler mit einem Namen, den ich vermarkten kann. Und für Umme. Und für Umme. Ich meine, wie geil ist das? Weißt du, nee, es war wirklich so, das habe ich echt unterschätzt. Aber hast du dich dann selbst ein bisschen rausgenommen aus der Gleichung? Total. Ich habe dann, in dem Moment, wo klar war, ich und Janis spielen das, war ganz klar, ich brauche einen Kameramann, dem ich auch, wo ich abgeben kann. Wo ich wirklich komplett sagen kann, so, heute bin ich kein Produzent, kein Regisseur, gar nichts, kein Autor. You're the man. Ich bin Schauspieler und ich bin in deinen Händen. Und das hat gut funktioniert. Das ist auch, und das ist auch sicherlich eine Basis für jetzt eine weitere Zusammenarbeit mit dem Thomas. Weil das ist einfach, der Thomas Kieners ist ein, der ist weit mehr als ein Kameramann. Das ist einfach wirklich ein kompletter, sehr kompletter Filmemacher. Und von dem habe ich irre viel gelernt. Hast du denn für dich auch selber was fürs Schauspielen gelernt? Also es gibt ja diese berühmten Diskussionen immer, wie verschwindest du in einer Rolle drin, auch in einer Figur? Und das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein sehr komplexer Film, der ja auch viele Sachen triggert. Also was da in einem drin passiert. Aber als Regisseur kannst du ja nicht darauf warten, dass der Schauspieler Hagen seine Rolle irgendwann verlässt, damit du die nächste Szene drehen kannst. Das ist halt das größte Problem, was ich eben meinte, ist halt das komplette Abschalten. So, sagen, ich bin jetzt das nicht mehr. Wenn ich jetzt, zum Glück war das nicht so oft der Fall, aber in Szenen zum Beispiel mit Janis, beobachte ich mich natürlich sofort oder mit Nadja, muss ich halt aufpassen, dass ich im Gegenschuss nicht Regieführer, ne? Also nicht, was spielst du, was spielst du, was spielst du, was spielst du, sondern dass du halt sagst, ich spiele und das vergesse ich komplett, so. Und das war am Anfang ein bisschen kompliziert. Ich musste schon dann sagen, okay, die Lösung kann nur sein, ich muss jetzt so tun, als wäre ich kein Regisseur. Das muss jetzt Thomas machen. Ich bin jetzt nur ein Schauspieler. Aber das hat dann eigentlich überraschend gut geklappt. Also ich hätte das selber nicht gedacht. Und nachdem du es jetzt schon im Film auch erwähnt hast, und ich meine, ich musste schon hier und da ein paar Mal daran denken, aber mir ist dann doch ein anderer Film eher so in die, wie soll man sagen, in die Empfindung geraten. Ist Nolan für dich ein Vorbild? Ist so geil, ne? Weil ich meine jetzt mal ehrlich, die Bilder, die Farbgebung, die Dunkelheit teilweise, dieses Aschfahle. Ich kann mich nur freuen, dass du den Namen in dem Zusammenhang erwähnst. Das ist so, Leute sagen, Lynch, du sagst Nolan, habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört. Für mich, ich habe an Lost Highway gedacht, sehr oft. Aber du hast halt, tatsächlich im Film selbst erwähnst du Nolan einmal. Ja, das ist klar. Es gibt natürlich den direkten Bezug zu Inception, einfach auch um ihm Respekt dafür zu zollen, dass er der Einzige ist, der einen Film, wie ich finde, zu Traum, zu dem Thema Traum gemacht hat, was wirklich, also was seinesgleichen sucht. Und erst mal, da kommt das, dann kommt Inception, dann kommt lange gar nichts. Und dann kommen irgendwie ein paar andere Filme über Träume. Das ist schon, aber mich freut das natürlich, klar. Also das Kino von, das ist für mich einer der großartigsten Filmemacher, die es gibt da draußen momentan. Und ich bin ein großer Fan und ich bin auch ein großer Lynch-Fan. Aber es ist nichts, was, es sind keine Vorbilder, die wir uns genommen haben oder so, weißt du? Das Lustige ist, dass die Vorbilder, die wir gehabt haben, wir haben es eh versucht, aber die sind sozusagen dem Film überhaupt nicht mehr anzumerken. Zum Beispiel Kamera, weißt du was, also rein ästhetisch Perspektivierung, unser Hauptvorbild war Roma. Oh, wirklich? Aber denk mal drüber nach. Ja, 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 ja. Weißt du, was ich meine? Und trotzdem würdest du das dem Film nie anmerken. Aber wenn du sagst, doch stimmt, dass eine Kamera eben in ihrem Tempo so ein ganz eigenes, also wie zu einer dritten Person wird. Dass ich sage, ich perspektiviere nicht nur Schau, sondern ich sage, hier ist jemand, der guckt zu. Weißt du? Ja, und dann aber so Bilder wie die Überlagerung von deiner Gesichtshälfte und der von Jannis, nachdem beide auf den Boden gefallen sind. Geil, ne? Sind das Sachen, die du dir überlegt hast oder kamen die von den Leuten, die du engagiert hast? Das ist natürlich viel Thomas, ne? Also das ist Thomas, was diese Dinge betrifft. Natürlich auch Trickshots, die ganze Nummer mit dem Spiegel und so, wo ich oft jetzt schon erlebt habe, dass Leute sagen, wie habt ihr das gemacht? Und ich sage, ja, denk mal kurz drüber nach. Und dann kommt dann irgendwann so, also Siniasten sagen dann, sagt ihr, habt ihr wirklich das Zimmer nochmal? Aber ich würde gerne einfach mal wissen, weil diese Anlehnung, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, das ist visuell wirklich absolut beeindruckend. Aber du hättest ja natürlich auch sagen können, das ist mein erstes Werk, ich spiele es safe. Aber du hast ja richtig freigedreht. Du hast ja visuell ganz neue Sachen gemacht. Du hast, also die man so nicht kennt, ne? Also du hast ein Buch geschrieben, das ja in deiner Komplexität, echt, du musst dich einfach richtig konzentrieren. Du wirst richtig gefordert. Du hättest aber auch sagen können, ich mache jetzt das, wofür mich die Leute kennen. Die Bilder, die man aus dem Kino kennt. Aber war das gerade nicht die Motivation? Ne, ich wollte auch ganz bewusst was machen. Zumindest wo man sagt, so, wenn der Junge Filme macht, dann macht sich auf was gefasst, so. Kommt nicht, haha, lustig. Ey, und da kann ich nur sagen, Respekt. Nein, aber da kann ich nur sagen, absolut, weil wir haben uns, wir sagen... Aber weißt du nicht, ich wollte, verstehst du, ich wollte nicht kompliziert sein. Also das ist mir ganz wichtig, ich habe keinen Film gemacht. Du wolltest authentisch sein. Ich wollte, genau, ich wollte das machen, was ich machen wollte. Und ich habe, weil das zum Beispiel kenne ich auch ganz massiv vom Theater, weißt du, wo Provokation ein Stilmittel ist. Und man so sagt, ich bin jetzt besonders, sodass du gar nichts mehr verstehst. Damit alle so denken, oh mein Gott, es muss Kunst sein, ich verstehe kein Wort. Weißt du so? Das finde ich auch nicht, dass Cortex das macht. Ich finde, Cortex ist ein Film, der sein Publikum absolut respektiert. Und auch möchte, dass das Publikum folgt. Es ist kein Film, der sagt, guck mal hier, du Dopp, kannst du auch nicht verstehen, du Trottel. Da bist du doof für, ne? Ja, verstehst du nicht. Weiß nicht, warum der jetzt da rumrennt über die Dings, ne? The Square, weiß nicht wieso, ne? Tja, bist halt kein Künstler. Trottel. Das ist ja oft so ein, also das Kunstkino als solches, was ich ja mindestens genauso bewundere wie das Mainstreamkino. Deswegen werden auch alle meine Filme, auch als Schauspieler, waren immer eine Mischung eigentlich aus Genre, Publikumskino und abgefucktem Arthouse. Und das ist Cortex auch. Und das sind auch immer die Filme gewesen, die mir am allernächsten gegangen sind. Und deswegen, ich will nicht schockieren, ich will nicht provozieren, ich will nicht mit Ambivalenz schocken oder mit was auch immer. Sondern ich will, wollte einfach nur das machen, was ich will, auf die Gefahr hin, dass die sagen, das ist so kompliziert, das wollen wir nicht nochmal. Aber wenn sie mich dann lassen nochmal, dann wissen sie, dass sie was um die Ohren bekommen. Das ist das Praktische daran. Ey, wir freuen uns drauf. Super. Danke dir, Moritz. Ich danke schön. Vielen Dank. Ja, Daniel, was soll man sagen? Also Moritz ist und bleibt ein geiler Typ. Eine coole Sau. Einfach. Ja, finde ich auch. Großartig. Aber jetzt kommen wir mal zum Film. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man über das Erstlingswerk eines so renommierten Schauspielers spricht und sozusagen mit der Prämisse sich den anguckt, ich habe was völlig anderes erwartet. Er ist ein Grenzgänger, schon immer gewesen, hat er auch schon immer so erzählt, sage ich mal, wenn ich auch schon in Interviews mit ihm gesprochen habe und der Film genauso. Der Wandel zwischen Romanze, Genre und vielleicht auch richtigem Drama. Und Thriller. Also ich meine, er packt es ja sozusagen alles in den Mixer. Genau, genau. Und das ist ambitioniert, auf jeden Fall ambitioniert. Und für mich tatsächlich spielt es dann tatsächlich so eine Liga mit wie Ryan Gosling damals mit Lost River. Ja, da hat man auch gemerkt, woran sich Ryan Gosling orientiert hat, was so irgendwie die Einflüsse von ihm waren. Und da muss ich halt auch sagen, ja, der Film an sich war vielleicht jetzt nicht so das allererfüllendste Ergebnis, aber die Atmosphäre, die Bilder, die Schauspiele, all das, das ist schon genug, um zu sagen, ey, der Film beschäftigt mich, der Film hat mich interessiert, ich bin dran gelebt und ich denke weiterhin noch immer nach. Und du diskutierst und das finde ich eben auch gut und ich finde, du hast einen Punkt angesprochen, der hat mich bei Cortex echt begeistert, ist die visuelle Umsetzung. Ja. Also du steigst ein, da sind so viele Sachen, die Arbeit mit Licht, die Arbeit mit Kamera, die Arbeit mit den Schauspielern, die Art und Weise, wie das Ganze farblich auch umgesetzt wird, wie diese Traumsequenzen auch gemacht werden. Und ich finde, ambitioniert ist super, aber das passt zu ihm, denn als Grenzgänger, wenn ich wage, der nicht gewinnt und er hat gewagt. Er hat gewagt. Und er hat auch meiner Ansicht nach gewonnen. Er hat auf jeden Fall deutlich nochmal, nochmal, nochmal mehr Respekt, als er ohnehin schon hat gewonnen bei mir, weil ich hätte das nicht für möglich gehalten. Er hätte so einfach eine leichte Komödie oder sonst irgendwas oder halt, wie er selbst schon gesagt hat, den typischen Modes Bleibtreibrad, den man von ihm kennt, einen Gangster-Film hätte einfach machen können und alle wären zufrieden gewesen. Aber jetzt macht er einen Film, der die Leute herausfordert, der halt, ja, inhaltlich schon komplexer ist oder Themen halt auf eine andere Art und Weise präsentiert, sodass man nicht ganz wirklich sicher ist, was man da eigentlich sieht. Und das finde ich bemerkenswert. Also ich finde es gut. Und ich finde in diesem Fall auch, und das ist ja das Spannende, um nochmal auf unsere Ausgangsfrage einzugehen. Sind Schauspieler und Schauspielerinnen vielleicht auch die besseren Regisseure oder Regisseurinnen? Ich finde, das ist eine gewagte These, eine gewagte Frage, weil es ist natürlich auch ganz klar, dass es Menschen gibt unterschiedlicher Fassont. Und ich glaube, was einen guten Regisseur auch ausmacht, ist, ein gutes Team zusammenzustellen und das Vertrauen auch weiterzugeben. Ja, und auch eine Vision zu haben. Er hat genau gewusst, was er da macht und hat sich dann halt jemanden geholt, der ihm dabei geholfen hat. Und ich finde, es ist cool, dass er genau das wiedergeben konnte, was er halt auch im Kopf hatte. Und das musst du schon mal im Kopf haben, was er da geschrieben hat. Genau, in der Komplexität. Ja, das ist schon, also ich kann mir vorstellen, wie manche Schauspieler da gehockt haben und haben sich gedacht, was mache ich jetzt hier gerade? Oder was erzähle ich denen da? Und ja, deswegen, also diese Vision dann auch komplett so durchzuziehen, wirklich Respekt. Ich würde sagen, der Film hat ein paar Minuten zu viel auf der Uhr. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es gibt auch noch ein paar Fragezeichen. Aber man muss auch nicht immer alles erklären, da gebe ich ihm recht. Es gibt ein paar Filme, die liefern auf so vielen Ebenen gut ab, dass sie sich auf anderen Ebenen wieder Fragezeichen erlauben können. Und solange ich mit diesen Fragezeichen leben kann, und das kann ich hier, weil sie halt eben meine Fantasie und meine Gedanken beflügeln, dann kann das auch so bleiben. Und er beflügelt mich, ihn nochmal anzugucken, um einfach vielleicht nochmal Fragezeichen zu ergründen. Also ich sage auf jeden Fall, top Job. Moritz, mach weiter so. Ja, ich bin gespannt, was das kommt. Auf all das, was da noch kommt. Ja, das war unser kleines Spezialgespräch mit Moritz Bleibtreu zum Film Cortex. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns wieder fleißig unterstützt mit Abos, Glocke drücken, Kommentaren. Und vielleicht ja auch, sagt uns mal, was euer Lieblingsfilm von Moritz Bleibtreu ist. Das würde mich mal interessieren. Bis dahin. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Tschüss.